Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video. Heute bin ich mit dem Titan unterwegs, ja, denn der Titan ist der letzte Charakter, der mir noch fehlt, um den auf 600 Power zu kriegen. Jäger und Warlock ist fertig und der Titan ist jetzt bei 5,91, fehlt also auch nicht mehr so viel. Ich glaube, der ist sogar bei 5,92 oder so, 5,93, wenn ich hier noch das 600er reinpacke, 5,93, der letzte Charakter, dann hätte ich alle. Und heute mache ich mir mit euch zusammen hier im Video einen Beutezug von Spider und zwar gesucht Arcadia Accord. Bin natürlich wieder Solo unterwegs, bin hier schon auf Nessos, wo sich der befindet. Wenn ihr dann so ein Spider-Dings habt, dann erscheint ja dann immer dieses Abenteuersymbol auf der Karte hier, gesucht Arcadia Accord und da fahren wir hin. 5,40 wird vorausgesetzt, was das Power-Level angeht. So, mal gucken, ob ich da mit meinem Titan auch ganz gut durchkomme. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einem Destiny Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch gefällt es heute, wenn es euch gefällt oder vielleicht auch weiterhilft, diese Mission, falls ihr die noch gar nicht kennen solltet. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ich würde mich freuen. Nein, ich habe jetzt keine Zeit für den Bohrer. So, ich mache jetzt hier Arcadia Dingsbums. Große Wechsmaschine Accord. So, und dann geht es auch hier schon rein in den verlorenen Sektor, wo sich die immer befinden. Immer auf einem anderen Planeten, jede Woche. Jede Woche neu bei Spider. Ist der Beutezug von Spider, der am besten Belohnung gibt. Oder die höchste Belohnung auch. Mit dem Titan habe ich es, wie gesagt, hier noch nicht gemacht. Schon gar nicht Solo. So, in den ersten Bereichen könntet ihr theoretisch durchlaufen. Aber ich baller halt auch immer noch mal so ein bisschen gerne rum, so. Wenn schon mal Gegner da sind. Ich habe heute auf Sentinel gestellt. Als Sentinel habe ich dann noch ein bisschen Rückzugsmöglichkeiten, falls es doch irgendwie zu eng sein wird. Mein Automatikgewehr hat noch Toben drauf, weil da eine ganze Menge an Ads spawnen. Wie viel hältst du aus, Mister? Ah, das ist auch ein Gesuchter. Ah, deswegen. Macht Sinn. Der erste Gesuchte hier. Oben ist noch ein Snipe, ne? Das wird ja aber doch ein bisschen zu bunt hier, dass ich mal durchlaufe. Warten immer noch genug Gegner auf mich an der richtigen oberen Position. Uiuiuiuiui. Hör ab hier. Eine Hydra. Die mache ich aber weg. Falls ich vielleicht sterben sollte, was ich nicht hoffe, dass Dinge hier nicht den Weg ein bisschen blockieren und nerven. Dass wir hier... So, da steht da auch schon der gute Arcadia-Akkord. Noch ist er nicht aktiv. Man kann ja so locker erstmal bisschen aufräumen. Ich glaube, da steht doch noch irgendwo einer, oder? Das ist das Radar von unten. So, er hat ab und zu im Laufe des Kampfes immer wieder so ein neues Schild. Und ihr müsst immer wieder oben so ein Orakel, wie die Dinger hießen noch damals, wegschießen. Anomalien heißen die ja genau. Anomalien wegschießen. Jetzt ist es eine. Wenn er dann das zweite Schild aktiviert, dann müsst ihr davon zwei machen. Und beim letzten Mal sind das dann drei. Die sind aber hier in dieser, in dieser Zone sowas von versteckt, dass es echt nervig ist. Na gut, fangen wir an. Da ich die Mission noch nie gezeigt habe, erkläre ich sie halt mal so ein bisschen. Dachte ich. Ich hab ihn noch erwischt. Da war noch der Damage-Teil. So, jetzt hat er das zweite Schild. Und jetzt geht's los, dass hier so viele von diesen Explosiven spawnen. Mega viele. Wirklich mega viele, wie man das da sieht. Ein bisschen Deckung geben. So, er hat das Schild, aber er kann halt trotzdem immer noch ballern. So, Anomalie entdeckt. Hier ist die erste. Wird ja auch immer links als Text etwas angezeigt. Und wisst ihr, in der Nähe ist schon mal eine. So, hier ist nirgendswo mehr eine. Da vorne könnte es noch sein. Da leuchtet es gerade so blau. Äh, ja, da haben wir die zweite. Dann kann ich jetzt auch wieder ein wenig Schaden machen. Und da kommt ihr jetzt in die dritte und letzte Phase. Falls ihr sterben solltet, macht doch keinen, keinen Kopf. Gerade Solo bei den ganzen Bomben, die hier rumlaufen, die plötzlich mal einfach so neben euch stehen könnten, ist mir das auch schon häufiger mit dem Warlock passiert. Da war ich ja auch Solo drin. So, paar Ketten. Ketten, leere Explosion. So, also hinter ihnen ist schon mal eine. Da hinten leuchtet eine. Plus da noch an der Stelle da. Sind zwei. Wir müssen aber jetzt drei finden für die letzte Phase. Na, wird ein Automatikgewehr auf der Entfernung. Vielleicht nicht die beste Wahl. Da kommt schon der nächste Schwung Bomben. Schön, dass meine Waffe schön, äh, Toben drauf hat. Das ist schon echt geil. Automatikgewehr mit Toben. Aber ich habe das extra genommen, weil hier, wie gesagt, so viele spawnen. Da dachte ich, warum nicht Toben mitnehmen. Jetzt, ah, jetzt bin ich doch gestoppt. Die Sniper, ihr seht, also das hört einfach nicht auf. Ihr könnt nicht einfach erstmal die Kleintöten und dann auf den Großen gehen. Das klappt hier nicht, weil die ununterbrochen nachspawn. Ihr seht, jetzt bin ich halt hier unten gespawned, wo normalerweise die Hydra und so noch war. So, ich muss nicht ganz von vorne anfangen. Zum Glück. Nervig ist es trotzdem. Aber da müsst ihr einfach versuchen, weiterzuspielen. Nicht aus der Ruhe bringen lassen. Okay, müsst ihr jetzt Schild haben, ja. Ja, hat er auch. Okay, Anomalie nicht, 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 dort. Da sind aber gerade viele. Holy shit. Anomalie entdeckt. Ich schaue mal hier hinten. Ich glaube, da war einer. Wollen wir uns zurückziehen? So, die blöden Fanatiker laufen hier nämlich sowas von hinterher. Das ist schon immer schön, ne? Okay, da haben wir eine Anomalie. Ich sehe hier, die ist hier unter mir. Vielleicht komme ich sogar hier noch durch, wenn ich geduckt gehe. Die schnell wegschießen. So, eine weniger. Es ist noch eine über mir. Boah, der kann hier reinschießen. Das ist ja fies. Bonken. Die Sniper sind dann auch noch mega gelb, ey. Springt hier halt noch runter. Oh, oh. Bin ich runtergefallen? Kein Problem. Ihr könnt ja auch wieder hochschweben. So, ist zum Glück nicht, dass ihr da in den Tod fallt. Das wäre ja noch schöner. Anomalie entdeckt. Genau hier. Stimmt da eben. Ich weiß noch gar nicht, wo alle sein können. Die sind ja immer an verschiedenen Stellen. Die kann sich ja nicht mal... ...nicht mal wirklich drauf einstellen, dass die immer an der Leichenstelle sind. Das ist ja doof. Das ist ja das Dobe. Wo ist sie denn bitte hier? Hier, sagt der Anomalie entdeckt. Über mir? Unter mir? Das gilt es nicht. Bin zu blind, ich sehe sie nicht. Ist die da hinten wieder da? Ah, die ist wieder da. Die ist oft da. An der Stelle. Okay. Okay. Da wurde ich in der Ecke eingeklemmt. Naja. Machen wir das nochmal. Wie gesagt, wenn man nicht weiß, wo die scheiß Anomalien sind, dann ist es ganz schön ätzend. Weil ohne die... ...kannst du halt nichts machen. Ich glaube, ich bin mit meinem Warlock auch dreimal gestorben hier. Ich glaube, das ist irgendwie bei mir normal. Vor allen Dingen, weil ich diese Woche auch diese Aufgabe zum allerersten Mal gesehen habe überhaupt. Mit dem Arcadia Accord. Jetzt steht er ganz hinten. Ja. Porte dich halt. Wieder runter. Guck mal an, wie wenig Leben er hat. Wann mal liegen. Ist die hier nicht wieder gestrahnt? Der Schubslein auch gerne mal runter. Da haben wir einen. Schneller. So, macht er wieder den Bodenstampfer. Aha. So, jetzt habe ich schon zwei. Stimmt schon mal gut aus. Ich muss aber ab und zu ein bisschen Glück haben, dass die etwas besser spawnen, die Dinger. Einmal die entdeckt. Vielleicht unter mir. Oh, die Shit. Ist es vielleicht die hier da wieder? Nein, dieses nicht. Da. Aha. Aber Bomben. Ja. Und ich sterbe wieder. Witzig. Nicht witzig. Dein Licht schwindet. Ja. Meine Geduld langsam auch. Scheiß Bomben. Das ist nicht einfach töten kann, bevor er sein Schild aufbaut. Einschuss verschwendet. Okay, eine ist hinter ihnen. Die sehe ich. Eine ist da. Dann sehe ich die zweite. Und die dritte. Jetzt habe ich sie alle auf einen Blick gerade. Ah, war die Bomben hier wieder. Okay. Moment, der Spawn schon wieder neu hat, glaube ich. Leute! Gebt mir mal ein bisschen Ruhe hier. Die sind jetzt da. Noch ein bisschen Platz verschaffen. Wir müssen jetzt die Sleeper, um die Anomalien wegzuschießen. Damit die gleich weg sind. Hä? Die werden wir nicht treffen. So, sein Schild ist weg. Ich brauche nur noch ein... Äh, er hat wieder regeneriert. Das macht er nämlich auch ganz gerne. Ja, porte dich halt. Wo ist er denn? Ja, da ist er. Ist klar. Warum nicht? Und er ist weg. Puh! Hat länger gedacht als... Äh, äh... Hat länger gedauert. Länger gedauert als gedacht, das Video. Ist aber auch furchtbar. Hat er noch irgendwie vielleicht was fallen lassen? Wo ist denn der gestorbene Ochse? Die Mops verschwinden leider nicht. Er hat nichts getroppt, oder? Irgendwie. Irgendwie, weil es nicht wird, dass ich wüsste, liegen keine Items rum. Schade. Noch mehr Sniper, ey. Wo fängst du denn jetzt hin? Nach unten? Aha. So, also sterben, wie gesagt, kann passieren. Ist eigentlich egal, ob man da jetzt schläft oder nicht. Hauptsache, man schafft es am Ende doch noch. Und die große, große Belohnung gibt es dann, wenn ihr den Beutezug aufmacht. Das mache ich selbstverständlich jetzt auch noch, damit ihr seht, was ich hier bekommen habe. Werne zwei Entschienen, ähm, kann ich nicht gebrauchen. Leider. Ich hoffe, dass ich noch irgendwas bekomme, was mich verbessert beim Titan. Ich brauche nur Rüstung. Die Waffen brauche ich, äh, nicht. Nur Rüstung brauche ich, die meinen Titan verbessern. Da schaue ich dann mal hier rein. Oh, der ist auch wirklich praktisch. Einkehren. Und da. Den müsst ihr jetzt abgeben, den Beutezug hier. Und da kommt die mächtige Ausrüstung raus. Es ist ein Helm. So, ich habe hier 5,94. Und der ist dann auf 5,95. Einen Punkt. Toll. Wahnsinn. Einen Punkt kriege ich noch dazu. Ich muss mal gucken, welcher Helm hier von denen die bessere Variante ist. Wobei das alles nur Streuhorn ist. Und ich mag Streuhorn als Set nicht so wirklich. Einen Punkt. Na. Na ja. Nicht verbessert. Immer noch auf 5,93. Nicht. Na ja. Einen Punkt ist halt ein bisschen wenig. Ich hätte mir hier. Hier, guck mal hier. Handschuhe gewünscht. Die sind niedrig. Oder hier. Der ist noch auf 5,78. Oder so ein Ding. Ja. Das hätte ich mich ordentlich verbessert. Aber nicht der Helm. Na gut, Leute. Das war mal hier ein Beutezug von Spider. Ich hoffe, ihr hattet vielleicht ein bisschen Spaß beim Zugucken. Ja, ich bin ein paar Mal gestorben. Aber es sind auch mächtig viele, viele Viecher hier unterwegs. Wenn man da solo unterwegs ist. Und dann so ein schlechtes Movement mit dem Titan hat. Ich bin halt kein Titan-Spieler. Ich bin halt Jäger und Warlock und so. Titan ist bei mir auf Platz 3. Dann stirbt man halt ab und zu. Aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und schaltet beim nächsten Video ein, wenn es weitergeht hier auf dem Kanal. Mit Destiny oder mit anderen Spielen. Vielen Dank und bis denn. Ciao, ciao.